Jetzt kommt Frau Kollegin Wissler. Bitte sehr. Jede Oppositionsfraktion, es wird aufgeteilt, zehn Minuten, allemal. Zehn Minuten hat jetzt jede Oppositionsfraktion. Wollen wir einmal sehen, wie lange ihr Luft habt? Dann sehen wir weiter. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, gut, dass Sie sich in der Debatte zu Wort gemeldet haben. Das zeigt, dass die Situation doch sehr ernst ist. Sie haben in Ihrer Rede gesagt, dass Sie gezeigt hätten, dass man sich auf diese Landesregierung verlassen könnte. Genau das Gefühl haben viele Eltern in diesem Land. Auch die, die gestern vor der Staatskanzlei demonstriert haben, haben das Gefühl nicht, dass man sich auf diese Landesregierung und irgendwelche Ankündigungen dieser Landesregierung noch verlassen kann. Herr Ministerpräsident, Verlässlichkeit bedeutet, dass man tut, was man sagt und was man ankündigt. Wenn man nicht tun kann, was man gesagt und angekündigt hat, dann ist das Mindeste, dass man das einräumt und dass man erklärt, warum man seine Ankündigungen nicht in die Tat umsetzen kann. Was aber nicht geht, ist sich hinzustellen, so zu tun, als hätte man das alles nie gesagt und nie verkündet, und als würde man alles einhalten, was man vorher gesagt hat. Dann fühlen sich die Leute veräppelt, und zwar vollkommen zu Recht. Das hat mit Verlässlichkeit nichts zu tun. Es waren noch nicht die Kommunen, die verkündet haben, dass es ab dem 2. Juni einen eingeschränkten Regelbetrieb wiedergeben wird. Das waren nicht die Kommunen. Das war der Sozialminister. Vor genau drei Wochen, an genau diesem Pult, haben Sie davon gesprochen, dass es ab dem 2. Juni einen eingeschränkten Regelbetrieb geben soll. Wörtlich haben Sie gesagt, es wird ein eingeschränkter Betrieb sein, aber das Ziel ist, dass jedes Kind seine Kita vor den Sommerferien noch einmal von innen sieht. Das haben Sie gesagt, und darauf haben sich die Familien in diesem Land nicht verlassen, Herr Klose. Nein, das machen Sie nicht. Weil, was hier geplant ist, ist kein eingeschränkter Regelbetrieb, sondern es ist die Ausweitung der Notbetreuung. Im besten Fall ist es die Ausweitung der Notbetreuung. Es ist sogar für einige Familien eine Verschlechterung. Ob es zusätzliche Betreuung gibt oder nicht, hängt von den Kapazitäten vor Ort ab. Es hängt davon ab, ob zufälligerweise ein Erzieherinnenkollegium und viele Menschen aus der Risikogruppe beinhaltet, ob die räumlichen Bedingungen stimmen. Davon hängt es ab. Solche Zusagen kann man doch nicht machen, wenn man dann nicht bereit ist, sie auch einzuhalten und dann einfach die Verantwortung an die Kommunen abzuschieben und so zu tun, als hätte man damit nichts zu tun, meine Damen und Herren. Was ist denn mit den Familien, die seit elf Wochen ihre Kinder zu Hause betreuen, die Betreuungslehrarbeit leisten, die Homeschooling machen, die ist alles neben dem Homeoffice? Nein, Homeoffice und die Kinderbetreuung von kleinen Kindern ist nicht vereinbar. Was ist, dass die Schulkameraden, die Spielkameraden ersetzen, die sich die Großeltern nicht einmal zur Unterstützung organisieren können, die teilweise morgens um 5 Uhr aufstehen, damit sie, bevor die Kinder aufstehen, noch etwas machen können und bis spät in die Nacht arbeiten. Das sind seit elf Wochen, die ihren Jahresurlaub genommen haben, die unbezahlten Urlaub genommen haben, die vom Kurzarbeitergeld zum Teil noch leben und sich existenzielle Sorgen machen. Was ist mit diesen Familien? Die haben sich darauf verlassen, dass es am 2. Juni eine Lösung gibt. Das, was die Landesregierung hier vorgelegt hat, ist doch kein Konzept. Das ist das Abschieben von Verantwortung auf die Träger vor Ort, meine Damen und Herren. Der Druck in den Familien ist doch da. Kinder brauchen doch andere Kinder. Natürlich ist das klar, dass man nicht jeden Tag jedes Kind wieder acht Stunden in die Kita bringen kann. Das hat auch niemand gesagt. Aber es müssen doch Angebote geschaffen werden, dass allen Kindern ein Angebot gemacht werden kann, ein regelmäßiges Angebot, weil die Kinder Kinder brauchen und weil es Eltern auch Zeit zu durchschnaufen brauchen. Und es gibt eine Überforderungssituation in vielen Familien, und es gibt eben auch einige wenige Familien, in denen sich das in häuslicher Gewalt und in Aggressionen äußert, meine Damen und Herren. Und deshalb auch hier wieder die sozialen Unterschiede. Natürlich treten die hier deutlich zu Tage, weil es ein Unterschied ist, ob man seine zwei Kinder in einem Haus mit Garten betreut oder in einer beengten Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in der Stadt. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man bei Homeschooling ein Kind unterstützen kann oder eben nicht. Das heißt also, die sozialen Ungleichheiten nehmen hier immer weiter zu, meine Damen und Herren. Sie versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, indem Sie sagen, die Verantwortlichen vor Ort, die Kita-Leitungen, die müssen sich doch jetzt mit den Eltern herumstreiten, mit völlig verzweifelten Eltern, die nicht wissen, was sie ihrem Arbeitgeber sagen sollen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen und wie sie ihr Kind nach elf Wochen noch betreut kriegen. Die Kita-Leitungen müssen sich jetzt mit völlig verzweifelten, zu Recht verzweifelten Eltern und gleichzeitig mit Erzieherinnen aus der Risikogruppe diskutieren, ob sie überhaupt zur Arbeit gehen können. In dieser Situation führt das auch dazu, dass natürlich Eltern gegeneinander ausgespielt werden, weil jeder versucht, einen Betreuungsplatz zu bekommen. Es ist ein zu kurzes Tischtuch, und da es überhaupt keine Vorgaben vom Land gibt. Das ist doch die Kritik. Es gibt einfach keine Vorgaben. Es gibt nicht eine Form von Mindeststundenbetreuung für alle Kinder. Herr Minister, das wäre doch etwas, auf das man vor Ort Bezug nehmen könnte. Wenn Sie geregelt hätten, jedes Kind mindestens zwei Tage die Woche, mindestens so und so viele Stunden die Woche, das wären doch Vorgaben, auf die man sich vor Ort hätte beziehen können. Aber das machen Sie nicht, sondern Sie verlagern die Verantwortung und damit den gesamten Ärger an die Träger vor Ort. Das werfen wir Ihnen vor, meine Damen und Herren. Dann muss man sagen, Sie tun so, als seien Sie dafür alles nicht verantwortlich, und das war alles das Virus. Ja, das war das Virus. Aber sorry, wer hat denn beschlossen, dass wir hier alles wieder öffnen? Wer hat denn das beschlossen? Das war diese Landesregierung. Das war eine völlig falsche Prioritätensetzung. Man kann doch nicht sagen, dass man von Bundesliga über Autohäuser bis zum Glücksspiel alles wieder öffnet, aber die Kitas und die Schulen nicht. Was ist denn das für eine Prioritätensetzung, meine Damen und Herren? Es tut mir leid, aber wenn dann ein Ministerpräsident fragt, was die Öffnung von Möbelhäusern und die Öffnung von Gastronomie mit dem Thema Kinderbetreuung zu tun hat, kann ich da nur wirklich mit dem Kopf schütteln. Ich erkläre Ihnen den Zusammenhang gerne, Herr Ministerpräsident. Die Verkäuferin im Möbelhaus muss jetzt wieder arbeiten gehen, und die Kellnerin muss jetzt wieder arbeiten gehen, weil die Gastronomie geöffnet ist, und die H&M-Verkäuferin muss wieder arbeiten gehen. Ja, sie darf wieder arbeiten gehen, und wenn sie nicht arbeiten gehen kann, weil sie ein Betreuungsproblem hat, muss sie es ihrem Arbeitgeber erklären. Wenn man alles öffnet, aber nicht dafür sorgt, dass die Menschen eine Kinderbetreuung haben, dann organisiert man Menschen ein riesiges Problem, und zwar vor allem Frauen, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, ich kann das verstehen, was Sie sagen, wie schwierig das ist mit der Öffnung der Kitas. Das kann ich alles verstehen. Ich finde, sogar den Standpunkt kann man einnehmen. Aber dann kann man nicht alles andere öffnen. Die Reihenfolge stimmt nicht. Man kann nicht sagen, wir machen alles wieder auf, jeder soll wieder arbeiten gehen, aber wir schaffen keine Betreuung in den Kitas und in den Schulen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Was sollen denn die Leute ihren Arbeitgebern sagen? Ja, das Geschäft hat wieder auf, aber ich bekomme mein Kind nicht betreut. Ich bin nicht systemrelevant, sorry, Arbeitgeber. Ich komme nicht. Jahresurlaub habe ich dummerweise auch schon genommen. Darauf müssen Sie doch eine Antwort geben. Dann hätten Sie nicht alles öffnen dürfen. Dann hätte man sagen müssen, wir müssen Bereiche zulassen, denn wir können die Kitas gerade nicht öffnen. Dann hätte man sagen müssen, wir brauchen ein Corona-Übergangsgeld. Das ist richtig, Herr Pentz. Ja, richtig. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt SPD – Zuruf Freie Demokraten – Ich kann Ihnen nur zustimmen – Dann muss man sagen, die Familien bekommen ein Corona-Übergangsgeld, damit ihre Existenz gesichert ist, und sie werden sich um die Kinder kümmern müssen, weil sie erst zwei Tage die Woche eine Betreuung haben. Das hätte man machen können, aber dann kann man nicht alles andere öffnen. Das ist doch das Schlimme. Die mächtigen Lobbys, die am lautesten schreien, bekommen die weitgehendste Öffnungen und die Milliardenbeträge. Da stimmen einfach die Prioritäten nicht, meine Damen und Herren. Es ist die falsche Reihenfolge. Der Rechtsanspruch für Kinderbetreuung ist hart erkämpft, und das hat auch etwas mit Gleichberechtigung von Frauen zu tun. Diese Gleichberechtigung kann man sich nicht wegnehmen lassen. Ich sage einmal so, es hätte dem Corona-Kabinett in Hessen auch nicht schlecht getan, wenn dem auch eine Frau angehört hätte. Da hätte man vielleicht auch ein paar Diskussionen anders geführt. Ein Rechtsanspruch auf die Kita kann ausgesetzt werden. Das wurde in der Corona-Krise gemacht, aber doch nicht dauerhaft und über Wochen und Monate hinweg, wenn Menschen gleichzeitig erwerbstätig sind. Dann wird gesagt, besonderer Schutz der Kinder. Auch das finde ich schwierig. Da werden Indoor-Spielplätze geöffnet, Schwimmbäder geöffnet, Kinder können in Shoppingmalls und Freizeitparks, nur nicht in die Kita. Da argumentieren Sie also mit dem Schutz der Kinder. Wenn Sie sagen, Sie danken den Erzieherinnen, die größte Hilfe für die Erzieherin wäre ein gescheites Konzept, ein Schutz von Risikogruppen, regelmäßige Tests, Vorgaben für die Gruppengröße und eine langfristige Aufwertung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung. Da verstehe ich auch das nicht, dass Sie sagen, wir können ja keine Vorgaben machen, ist ja vor Ort alles anders. Für die Gastronomie können Sie da auch Vorgaben machen, diese 5-Quadratmeter-Regelung. Ist doch auch jede Kneipe anders. Gibt es einen Biergarten, gibt es eine Eckkneipe. Können Sie Vorgaben machen, überhaupt kein Problem, weil bei Kitas geht das nicht. Bei Kitas ist das alles viel zu bürokratisch. Jede Kita ist anders. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich finde, unterstützen Sie die Familien. Unsere Solidarität gilt den Erzieherinnen und Erziehern, die sowieso schon schwierige Arbeitsbedingungen hatten und für die es noch schwieriger geworden ist. Unsere Solidarität gilt den Eltern. Sie setzen die falschen Prioritäten und versuchen, die Verantwortung an die Kommunen abzuschieben, die sowieso schon auf den Kita-Gebühren den wegfallenden Sitzen bleiben, die sowieso unterfinanziert sind und jetzt unter wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen leiden. Denen bürgen Sie jetzt die gesamte Verantwortung auf, ohne Vorgaben zu machen. Das können Sie in jedem anderen Bereich auch, aber bei den Kitas nicht. Deswegen ist das eine vollkommen falsche Prioritätensetzung dieser Landesregierung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzende der FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Ministerpräsident hat uns hier Hinweise über parlamentarische Gepflogenheiten gegeben, wie sich Opposition verhält, wie man hier im Parlament miteinander umgeht. Ich glaube, es ist schon so, wenn der Fachminister gesprochen hat und er unter Druck ist, und der Ministerpräsident geht raus, um sich vor seinen Fachminister zu stellen, dann ist das schon ein starkes Symbol und zeigt deutlich, wie schwach und angeschlagen der Fachminister ist. Auch das ist eine parlamentarische Gepflogenheit, die wir alle kennen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Jetzt gehe ich einmal zu dem, was der Ministerpräsident gesagt hat. Das, was der Ministerpräsident gesagt hat, hat noch einmal die Schwäche des Ministers offenbart. Vieles von dem, was der Ministerpräsident hier ausgeführt hat, hätte der Fachminister ausführen müssen. Das hat er nicht getan. Dazu musste erst der Ministerpräsident kommen. Auch das zeigt die Schwäche von Minister Klose und warum er in seinem Amt nicht geeignet ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der Ministerpräsident hat hier gerne auch in anderer Funktion einen Satz geprägt, der sich bei mir festgesetzt hat. Dieser Satz, ich habe ihn extra noch einmal verinnerlicht, ist immer gesagt, vertiefte Sachkenntnis verhindert die muntere Debatte. Das hat sich bei mir eingeprägt. Herr Ministerpräsident, dann ist mir nämlich aufgefallen, dass bei den Oppositionsfraktionen zu dem Thema immer die Fachsprecher gesprochen haben. Nur bei den Regierungsfraktionen haben Sie die Fraktionsvorsitzenden herausgeschickt, und die haben nichts zum Thema gesagt, sondern haben nur versucht, Ihren Minister zu schützen. Sie haben nichts zum Thema beigetragen. Das zeigt, wie angeschlagen dieser Minister ist. Wie angeschlagen dieser Minister ist. Weder Frau Claus noch Herr Wagner haben einen Ton zum Thema gesagt. Sie haben ein Beispiel gebracht, das sachgemäß ist. Sie können ruhig schreien. Das zeigt, dass Sie getroffen sind, wenn Sie so schreien. Wenn ich an dieser Stelle noch höre, dass man uns vorwirft, wir hätten kein Konzept, was würden Sie denn machen? Das zeigt, wie gut sie sich auch noch vorbereitet haben auf die Debatte. Die Anträge der Oppositionsfraktion liegen hier vor, und da ist ein Konzept da. Sie können unser Konzept auf unserer Internetseite nachlesen. Da steht alles drin. Das haben Sie ja nicht einmal zur Vorbereitung gemacht. Auch das zeigt, wie ernst Sie dieses Thema nehmen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Ministerpräsident hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, der in einer Krise eigentlich heilig ist. Es ist ein Stück weit auf das Thema Orientierung gekommen, was Sie hineingerufen haben. Da hat der Ministerpräsident gesagt, und ein Stück weit glaube ich auch, dass er dafür steht. Es gibt immer einmal Kleinigkeiten, wo man das vielleicht anders bewertet. Aber im Grundsatz steht das für Volker Bouffier. Er hat gesagt, was wir sagen, das machen wir auch. Das ist wichtig für die Menschen in unserem Land, dass sie sich auf ihre Regierung verlassen können, Herr Ministerpräsident. Darum habe ich auch in meinem ersten Teil der Rede gesagt, Herr Ministerpräsident, Sie haben in diesem Land ein hohes Ansehen. Sie haben ein hohes Ansehen, weil Sie nämlich in diesem Pult für uns ehrlich und nachvollziehbar ihre Sichtweise dargestellt haben. Die teile ich nicht nur, also nicht in allen Punkten. Aber ich kann mit Ihnen jetzt hier an dieser Stelle ganz konkret diskutieren, wo ich sie nicht teile. All das, was Sie getan haben, zeigt, wie schwach dieser Sozialminister ist. Nämlich nichts von dem hat er hier an dieser Stelle getan. Nichts. Ich will Ihnen noch einmal sagen, und da komme ich wieder zu der Frage Fachkenntnis zurück. Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt hatten, und der am 5. Mai vom Minister Klosi angekündigten Regelbetreuung? Was ist denn der Unterschied? Was ist denn der Unterschied? Der Ministerpräsident hat es ausgeführt. Der Unterschied von dieser Regelbetreuung zu der Notbetreuung ist nämlich, dass wir bei der Notbetreuung unter Seuchenschutzgesetz arbeiten, wo der Öffentliche Gesundheitsdienst das letzte Wort hat und wo die absolute Prämisse ist, Seuchenschutz, Gesundheitsschutz und nichts anderes. Der Unterschied zum Regelbetrieb ist, dass wir unter SGB VIII und dem Sozialgesetzbuch arbeiten, wo die Eltern ihre Rechte haben, wo die Kinder ihre Rechte haben und wo in den Einrichtungen wieder gilt. Der Betreuungsauftrag steht im Vordergrund. Genau dieser riesige Unterschied ist das Ausmachen. Dieser riesige Unterschied ist der Wortbruch, den Sie zu verantworten haben, Herr Minister Klose. Zurzeit sind die hessischen Kinder gespalten, aufgeteilt, getrennt zwischen Kindern von systemrelevanten Eltern und Kindern von Eltern, die nicht systemrelevant sind. Wenn man die Wirtschaft wieder hochfährt und wenn man die Kinder in unser Land ernst nimmt nach dieser Zeit, sind aus unserer Sicht alle Kinder systemrelevant. Darum muss diese Regelung geändert werden, Herr Minister Klose, ganz klar. Lieber Herr Ministerpräsident, ich will nur zwei Dinge, die Sie gesagt haben, noch einmal aufrufen, weil ich da eine andere Meinung dazu habe. Sie haben hier die Gleichung vorgetragen, Landesregierung und Kommunen. Sie haben die Gleichung vorgetragen, Landesregierung und Kommunen. Dann haben Sie einen Strich darunter gemacht, haben das Ergebnis aufgerufen. Da lässt sich momentan noch wenig dagegen sagen. Sie haben bei der Gleichung vielleicht den Städte- und Gemeindebund rausgelassen und nur über den Landkreistag und den Städtetag gesprochen. Da komme ich nachher noch bei meinem zweiten Punkt zu. Sie rudern aber jetzt ein Stück weit zurück, Herr Ministerpräsident. Das erleben Sie ja. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Dieser andere Punkt ist, dass Sie eine Gleichung Landesregierung und eine Gleichung Kommune haben. Wissen Sie, was in Ihrer Gleichung fehlt? Wissen Sie, was in Ihrer Gleichung fehlt? Das sind die Familie und die Eltern. In dieser Gleichung reden Sie nur mit der Exekutive und der kommunalen Exekutive. Wo sind denn in Ihrer Gleichung die Eltern? Das ist das, was ich Ihnen sage. Bei Ihrer Abwägung haben Sie einfach die Familie und Eltern weggelassen. Darum kommen Sie zu dem Ergebnis. Warum haben die Eltern denn keine Lobby in diesem Landtag und auf Landesebene? Weil diese Landesregierung aus GRÜNEN und CDU seit zwei Jahren verhindert, dass die Eltern einen Elternbeirat für die Kitas auf Landesebene haben, dass sie auch eine Lobbyvereinigung haben, die klar ihre Inhalte darstellen kann. Das ist übrigens eine Forderung der gesamten Opposition, die Sie immer wieder aufschieben. Heute bräuchten wir diesen Kita-Elternbeirat, damit die Eltern eine Stimme haben. Das haben Sie verhindert. Darum fehlt in dieser Gleichung zwischen der Landesregierung und den Kommunen. In dieser Gleichung fehlen die Familien, die Kinder und die Eltern. Erst wenn Sie diese Gleichung aufnehmen, dann ist das Ergebnis so, dass wir in dieser Abwägung dann auch mitleben können. Wir haben das gemacht. Darum kommen wir zu einem anderen Abwägungsergebnis wie die Landesregierung. Herr Ministerpräsident, ich weiß, dass Sie uns in den Debatten gut zuhören. Darum bitte ich Sie, das noch einmal in Ihrer Erwägung aufzunehmen. Ich glaube, dass Sie, wenn Sie das machen, auch zu einem anderen Ergebnis kommen würden, weil ich an Ihre Vernunft an dieser Stelle glaube. Das Zweite, was ich noch einmal sagen möchte, ist, warum sind denn der Städtetag und der Landkreistag so dagegen, dass die Regelbetreuung wieder aufpoppt. Warum denn? Ich sage es Ihnen, weil das entscheidende Argument ist nicht das Kindeswohl. Das ist gar nicht das entscheidende Argument. Lieber Herr Ministerpräsident, Sie haben es an dieser Stelle selbst ausgeführt. Sobald der Rechtsanspruch der Eltern gilt, können die Eltern theoretisch diesen Rechtsanspruch auch versuchen, einzuklagen. Dann geht es womöglich um viel Geld bei den Landkreisen und bei den Städten. Das ist doch das Problem, warum die Städte und die Landkreise – jetzt ist es ganz still – das ist doch das wirkliche Problem. Es geht nicht um die Kinder, es geht nur um das Geld. Darum dürfen die hessischen Kinder nicht in die Kindertagesstädte gehen, weil sie als Landesregierung nicht in der Lage waren, den Landkreisen und den Städten zu sagen, im Zweifel, wenn es wirklich so kommen sollte, wenn Gerichte so entscheiden sollten, sind wir bereit, diese Risiken für sie zu unternehmen, und wir bezahlen ihnen dann diese womöglich anstehenden Strafzahlungen, erstatten sie ihnen als Land. Dann hätten sie noch eine ganz andere Diskussionsebene gehabt, weil sie das finanzielle Problem nicht gelöst haben. Nur deshalb sind die Städte und die Kreise überhaupt auf diese Idee gekommen. Das ist doch die Wahrheit an der Stelle. Sie haben es hier ein Stück weit ausgeführt, Herr Ministerpräsident. Der zweite Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist viel über Erzieherinnen und Erzieher gesprochen worden. Warum gibt es kein Schutzkonzept? Warum gibt es kein Schutzkonzept für die Erzieherinnen und Erzieher? Das ist ein unfassbarer Mangel. Warum ist nicht klar geregelt, dass jeder Erzieherinnen und Erzieher ein Recht hat, mindestens einmal die Woche? Von mir ist es auch immer, wenn sie oder er das Gefühl hat, er könnte betroffen sein von der Pandemie. Warum kann er nicht getestet werden? Warum kann nicht jeder Erzieher und Erzieherin getestet werden? Warum nicht? Ich sage es Ihnen. Es ist jetzt völlig überraschend, worum es geht. Es geht ums Geld. Wer zahlt den Test? Darum geht es doch wirklich. Warum sind die Altenheime in Hessen nicht durchgetestet worden? Weil die Landkreise müssten es bezahlen. Es geht wieder nur ums Geld. Ich sage jetzt nicht nur ums Geld, sondern es geht hier um die Menschen. Darum sage ich nur ums Geld. Ich bin der Meinung, dass die Familien mehr Unterstützung brauchen. Die beste Unterstützung ist, dass wir ihren Kindern wieder den Zugang zu den Bildungseinrichtungen in unserem Land öffnen. Dann werden viele Probleme abgewendet. Damit wenden wir auch eine potenzielle Bildungskrise in unserem Land ab, die die Gräben vertieft und die Zukunftschancen unserer Kinder vermindert. Lieber Herr Ministerpräsident, Sie haben die richtigen Punkte angesprochen. Sie haben gesagt, worauf es in der Krise kommt an, dass die Menschen in diesem Land ihrer Regierung vertrauen können. Das heißt, dass man dem, was die Regierung sagt, auch glauben kann. An diesem Pult hat vor drei Wochen und einem Tag der Sozialminister den Menschen versprochen, dass der Rechtsanspruch ihrer Kinder, dass jedes Kind wieder in die Kita gehen darf. Ich könnte hier das Zitat, was Frau Wissler vorgelesen hat, genau so wiederholen, weil ich Sie auch dabei habe. Herr Klose, Sie haben genau das versprochen, und Sie haben es nicht eingehalten. Sie haben sich nicht entschuldigt. Sie haben es nicht begründet. Es ist ein weiterer Fehltritt von vielen Fehltritten, die Sie in dieser Krise sich geleistet haben. Der Ministerpräsident muss hier rauskommen und sich vorsichtig... Herr Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Ministerpräsident, suchen Sie sich jemand anderes, der es besser macht. Vielen Dank. Vielen Dank. – Das Wort hat Frau Kollegin Ravensburg, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Rock guckt zwar in eine andere Richtung, aber ich möchte noch einmal auf die Rede von ihm kurz zurückkommen. Denn die Äußerung, alle Kinder systemrelevant, ist zwar schön und richtig, aber hat jetzt mit der Problemlösung, vor der wir hier stehen, nicht im Geringsten etwas zu tun. Uns geht es darum, ein praktikables, ein umsetzbares Konzept zu finden, wie wir die Notbetreuung, die auch Sie beibehalten wollen, beibehalten können, und die Kitas öffnen für möglichst viele Kinder und gleichzeitig – das haben Sie leider nicht erwähnt – auch das Wohl, Wehe und die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher im Auge zu behalten. Das ist unser Ziel. Tests sind zwar schön, aber sie sind nicht Prävention dafür, dass wir Erzieherinnen und Erzieher, die mit besonderen Risiken behaftet sind, die über 60 Jahre sind oder die Vorerkrankungen haben, schützen müssen, indem sie im Moment gar nicht in den Kitas arbeiten können. Deshalb besteht nicht das gesamte Personal in den Kitas zur Verfügung. Deshalb müssen wir mit den Gelegenheiten jetzt auskommen. Das Hygienekonzept, das Sie eben eingefordert haben, liegt vor, und das steht den Kitas zur Verfügung. Aber ich will noch einmal zurückkommen um das Thema Eltern. Eltern und Kinder sind in den letzten Wochen besonders belastet worden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass genau diejenigen, die in den letzten Jahren so lange belastet worden sind, in den letzten Jahren, dass auch Sie die Chance bekommen, jetzt in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen zu können. Wie sieht das denn praktisch aus? Der Minister hat es vorhin erwähnt. Der Durchschnitt in den hessischen Kindertagesstätten ist eine Notfallbetreuung, die von 20 % der möglichen Kapazitäten für die Kindertagesstätten zur Verfügung steht. Wir können die Kindertagesstätten ausweiten, und zwar so, wie es vor Ort in der jeweiligen Kita möglich ist. Da gibt es Kindertagesstätten, die engen Räumlichkeiten haben, die wenig Freigelände haben und einen hohen Personalausfall haben. Da gibt es aber auch Kindertagesstätten, die auf dem Land haben viel Platz. Die haben im Moment eine Auslastung von 10 oder 12 % und können aufnehmen. Deshalb gibt es eben keine Möglichkeit, dass wir einheitliche Rahmenbedingungen mit genauen Vorgaben vom Land schaffen. Dann würden wir Eltern ausschließen, was wir doch gar nicht wollen. Also müssen wir das gemeinsam mit den Kommunen und mit den Jugendämtern vor Ort machen, die praktikabel und vernünftig mit jeder Kindertagesstätte Regelungen treffen, damit wir möglichst viele Eltern ermöglichen, in die Kindertagesstätten zu gehen. Das ist der Weg. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Da werfen Sie uns vor, dass wir die Notbetreuung, Frau Faeser, begrenzen auf die Eltern, die aus beruflichen Gründen, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten und beide berufstätig sind, begrenzen. Ja, das bedeutet doch, wir möchten möglichst vielen Eltern faire Bedingungen schaffen, dass sie auch die Möglichkeit haben, in die Kindertagesstätte zu schaffen. Ja, deshalb frage ich mich, was wollen Sie denn eigentlich? Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dann haben Sie uns in Hessen vorgeworfen, wir wären zu langsam und wir würden hinterhertraben. Ich will das noch einmal erinnern. Wir in Hessen haben von Anfang an die Notfallbetreuung so weit wie möglich ausgeweitet. Wir haben sie schrittweise immer wieder erweitert, und wir sind bei den Bundesländern, die die weitestgehenden Regelungen haben. Deshalb war es uns so wichtig, dass wir die Alleinerziehenden, die Beruf und die Familie vereinbaren müssen, dass wir ihnen ermöglichen, schon in die Notbetreuung zu kommen. Und es war uns so wichtig, denn das ist auch heute wieder erwähnt worden, das Kindeswohl in den Vordergrund zu stellen und Kinder, die besonders belasteten Familien entstammen, die sollen die Möglichkeit haben, herauszukommen und in die sozialen Gruppen zu kommen und in den Kindertagesstätten gut betreut zu werden. Und es geht auch um die Kinder, die behindert sind. Auch sie haben die Möglichkeit jetzt und gleichzeitig auch die Eltern in die Notbetreuung zu gehen. Wir eröffnen schrittweise und wir eröffnen zum Beispiel auch die Tagespflege. Auch das war ein wichtiger Schritt. Und diese weiteren Schritte, die müssen weiter kommen. Und auch nur das ist der richtige Weg. Und da sich darüber zu streiten, wie man die Öffnung jetzt in der nächsten Woche bezeichnen muss, das ist völlig fern von dem, was tatsächlich die Eltern, die auch vielleicht jetzt noch zuhören, sich wünschen. Wir brauchen pragmatische Regelungen. Wir brauchen eine Beachtung der Räumlichkeiten. Und wir brauchen auch einen Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das steht für uns in den Vordergrund. Frau Kollegin Ravensburg, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich hatte in dieser Debatte manchmal den Eindruck, dass es Ihnen heute gar nicht so genau darum geht. Sie haben auch Ihre Anträge nicht besonders hier berücksichtigt, sondern Ihnen ging es darum, gegen den Sozialminister zu schießen und sie ärgert, dass es eine Regelung mit den Kommunen gemeinsam gibt. Und dass Sie ihm dann nicht hinterher vorwerfen können, dass er mit den Kommunen das nicht vernünftig vereinbart hat. Hessen geht den richtigen Weg. Und wir werden es jetzt in den nächsten Tagen sehen. Pragmatische Lösungen, mögliche Öffnungen. Und das ist nicht der letzte Schritt. Das hat auch der Minister gesagt. Das wissen wir alle. Wir alle wünschen uns, dass die Eindämmung der Pandemie so weitergeht und wir weiter in der Öffnung voranschreiten können. Das sollten wir uns alle heute wünschen und mitnehmen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Gnadl, SPD-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fand das schon spannend. Der Ministerpräsident hat uns als Oppositionsfraktionen aufgefordert, Konzepte vorzulegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Oppositionsfraktionen haben im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen heute Anträge zu dieser Debatte eingebracht. Was fehlt, ist eine Positionierung der schwarz-grünen Fraktionen hier im Hessischen Landtag zur heutigen Debatte? Wo ist denn Ihre Positionierung? Oder sind Sie sich doch nicht ganz so einig, wie Sie das heute nach außen darstellen? Was wollen Sie denn eigentlich als schwarz-grüne Fraktionen hier im Hessischen Landtag? Offensichtlich ist doch, dass der Ministerpräsident heute hier noch einmal ans Redepult gehen musste, weil er die Kohlen aus dem Feuer holen musste für diese Landesregierung und für dieses Versagen des Sozialministers. Gestern hat eine Demonstration von Familien in Wiesbaden vor der Staatskanzlei, vor dem Regierungssitz dieser Landesregierung stattgefunden. Kein Mitglied dieser Landesregierung hat es für nötig empfunden, und kein Mitglied dieser schwarz-grünen Fraktionen im Landtag hat es für nötig gefunden, sich überhaupt auch nur ein einziges Mal die Eltern und die Sorgen und Nöte anzuhören. Das, finde ich, ist schon ein starkes Stück. Ich habe meine Rede heute Morgen damit begonnen und deutlich gemacht, dass wir in einer Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie sind. Ich habe zugleich deutlich gemacht, dass es für sämtliche Einschränkungen einen hohen Rückhalt auch in der Bevölkerung gegeben hat. Aber genau das Problem, über das wir heute diskutieren, ist doch, dass Sie nicht die Sorgen und Nöte der Familien ernst nehmen, der Erzieherinnen und Erzieher und der Träger der Kitaeinrichtungen vor Ort, und Sie eben nicht ins Gespräch mit den Eltern gegangen sind, sich nicht die Sorgen angehört haben. Genau hier verspielen Sie eben auch den Kredit, den Sie haben für die Maßnahmen und die Einschränkungen, weil Sie eben nicht verantwortungsvoll jetzt auf sie zugehen und entsprechend handeln. Die Frage bleibt für die Eltern offen, was nächste Woche Dienstag passiert. Diese Antwort sind Sie heute immer noch schuldig geblieben, denn diese Antwort können Sie auch gar nicht geben aufgrund der Verordnung, die Sie gemacht haben. Sie haben Anfang Mai in der Regierungserklärung am 5. Mai gesagt, dass Sie einen eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder ab dem 2. Juni ermöglichen wollen. Sie haben aber kein Konzept dafür vorgelegt, wie Sie das ermöglichen wollen. Die Spitzenverbände – da bin ich dem Ministerpräsident sehr dankbar, dass er heute auch noch einmal die Abläufe hier erklärt hat – haben sich der Hessische Städtetag und der Landkreistag an diese Landesregierung mit einem Schreiben gewandt, mit einem entsprechenden Konzept und mit entsprechenden Kriterien, wie man das eben vor Ort umsetzen kann. Erst dann hat es diese Landesregierung und der Ministerpräsident für nötig empfunden, sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden zusammenzusetzen. Das ist ein Skandal. Es ist ein Skandal am 18. Mai. Ja, Herr Frömmrich, genau. Herr Bouffier hat uns die Abläufe erklärt. Am 5. Mai stellt sich der Sozialminister mit einem großen Versprechen, an sämtliche Eltern, dass alle Kinder wieder in einem eingeschränkten Regelbetrieb in die Einrichtungen gehen können. Hier vorne an diesem Redepult hat er dieses Versprechen den Eltern gegeben. Danach hat es ein Schreiben der Kommunalen Spitzenverbände gegeben. Erst danach gab es ein Treffen mit diesen und ein Gespräch mit diesen. Jetzt haben wir dieses Ergebnis aus diesem Gespräch. Dieses Ergebnis lässt eben die Eltern ratlos zurück, weil sie nicht wissen, was am nächsten Dienstag auf sie zukommt. Ich will Ihnen einmal ein sehr konkretes Beispiel erzählen. Ich habe gestern meinen Sohn aus der Kinderkrippe, aus der Notbetreuung, abgeholt. Die Leiterin hat mich gefragt, wie sie das jetzt mit den sogenannten freien Plätzen. Sie hat sechs Kinder in der Notbetreuung für eine Einrichtung von 22 Kindern. Alle anderen Kinder, die jetzt nicht in der Notbetreuung sind, haben Eltern, wo beide Elternteile berufstätig sind. Es gibt keine anderen Härtefallregelungen in dieser Einrichtung, die sie jetzt noch zusätzlich heranziehen könnte. Das Jugendamt sagt hier aber, na ja, sie können jetzt aber nicht in ihrer Einrichtung aufgrund ihrer Räumlichkeiten die Gruppen wesentlich größer machen. So, und was passiert jetzt? Soll jetzt der freie Platz für die Kinder verlost werden? Wie wollen Sie diese freien Plätze vergeben? Wo ist da die Verlässlichkeit für diese Einrichtung? Wo ist da die Verlässlichkeit für die Eltern, was am 2. Juni passiert? Beifall SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE und FDP, DIE LINKE zu admits, und sich dann hierhin zu stellen und zu sagen, es hätte keine Schreiben von freien Trägern gegeben. Also, ich bin ja selbst in E-Mail-Verteilern in CC, in E-Mails, die an die Landesregierung und auch an die grünen Abgeordneten und an die CDU-Abgeordneten Abgeordneten hier im Hessischen Landtag gegangen sind, die in diesem Bereich die Sprecherfunktionen haben, beispielsweise auch von der Vereinigung der Walldorf-Kitas. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den Sie nach wie vor bis heute nicht beantworten. Das ist die Frage, wer übernimmt eigentlich die Kita-Gebühren für diese ausgefallene Zeit in der Zeit, in der die Kinder nicht betreut werden können. Auch das ist eine besondere Härte für die freien Träger. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir haben das schon vor Wochen eingefordert, einen entsprechenden Fonds aufzulegen, damit die kommunalen Einrichtungen, damit die freien Träger diese Gebühren nicht mehr erheben müssen. Es geht einen Teil der Kommunen gut. Die können die Gebühren den Eltern ersparen. Aber es gibt eben auch einen Teil, die das nicht können, und die freien Träger schon einmal gar nicht. Sie haben bis heute noch keine Aussage dazu getroffen, wann Sie dazu eine Aussage treffen wollen, wann Sie endlich auch die Eltern von dieser finanziellen Belastung entlasten sollen. Damit verspielen Sie auch gerade bei den freien Trägern an Kredit, weil diese freien Träger ohne die Gebühren am Ende in Existenzschwierigkeiten kommen und Ihre Einrichtungen nicht mehr aufrechterhalten können, wenn Sie die Gebühren nicht mehr von den Eltern bekommen und einnehmen können. Aber das scheint dieser Landesregierung völlig egal zu sein. Am Ende ist es abhängig vom Ort, in dem ich lebe und der Einrichtung, die mein Kind besucht, ob ich einen Betreuungsplatz am 2. Juni habe oder nicht. Sie geben keine Perspektive den Eltern, sie geben keine Perspektive den Erzieherinnen und Erziehern, und sie übernehmen nicht die Verantwortung, ein klares, konkretes Konzept hier dem Hessischen Landtag und vor allen Dingen den Betroffenen, den Einrichtungen, den Trägern, den Kommunen und den Eltern vorzulegen. Das ist einfach erbärmlich. Auf einem Schild, das Kinder gestern auf der Demo hochgehalten haben, war zu lesen, alle Kinder sind systemrelevant. Ich finde, diesem Satz ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. – Das Wort hat Frau Abg. Katrin Anders, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Erstes möchte ich auf den Vorwurf eingehen, dass die Regierungsfraktionen nicht empathisch sind, dass sie sich nicht mit Eltern austauschen, dass sie nicht wüssten, welche Sorgen und Nöte Eltern gerade haben. Ich kann Ihnen sagen, ich war in intensiven Gesprächen mit den Initiatoren der Demo. Nur weil ich mich auf eine Demo nicht stelle und vor laufenden Kameras traurige Gesichter mache, heißt das nicht, dass ich Eltern nicht ernst nehme und ihre Sorgen und Nöte nicht ernst nehme. Beifall CDU und BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN Jetzt einmal zu Herrn Rock und der vertieften Sachkenntnis. Vielleicht reicht meine Sachkenntnis als Erzieherin, als Diplom-Sozialpädagogin, als dreifache alleinerziehende Mutter, um hier als Fachsprecherin dieser Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN sprechen zu dürfen. Vielleicht reicht es, um noch einmal zu rekapitulieren, was in den letzten Monaten so vereinbart wurde. Mit übrigens einer Familienministerin der SPD, Bundesfamilienministerin Giffey und den Familienministern aus den Ländern, wurde vereinbart, dass es erst einmal in eine Notbetreuung geht. Das wurde erweitert, und dann war der nächste Schritt eine erweiterte Notbetreuung. In der befinden wir uns gerade in Hessen in der erweiterten Notbetreuung. Genau die Kinder, die Ihnen so wichtig sind, die hier angesprochen wurden, die Kinder, die ein größeres Kinderschutzbedürfnis haben, die Kinder, die von Behinderungen bedroht sind oder behindert sind, die Kinder, deren Eltern alleinerziehend sind, arbeiten oder studieren, sind alle in dieser erweiterten Notbetreuung neben den Eltern, die arbeiten gehen müssen in systemrelevanten Bereichen, in den Altenheimen, in den Betreuungen und auch in den Krankenhäusern. Also, wir sind im erweiterten Notbetrieb. Und dann wurde mit den Ländern, mit allen Ländern vereinbart, dass man dann nach dieser erweiterten Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb geht. Eingeschränkter Regelbetrieb. Und ich glaube, kaum einer hier von der Opposition hat verstanden, was eingeschränkt heißt. Eingeschränkt heißt eingeschränkt. Und eingeschränkt kann nicht 100 % sein, weil das wäre der Regelbetrieb. Und dann können wir ja mal schauen, wie das in den anderen Bundesländern so läuft. Ich habe mir vor allem gerne einmal die SPD-Bundesländer angeguckt. Genau. Hamburg hat eine erweiterte Notbetreuung bis 29.06. Kein eingeschränkter Regelbetrieb. Hört, hört. Mecklenburg-Vorpommern, SPD-geführtes Bundesland, SPD-Familienministerin, hat in ihrem... Genau so geht es. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Anders ist die letzte Rednerin jetzt in dieser Debatte. Ich bitte auch ihr, die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Kein anderes Bundesland befindet sich im Normalbetrieb. Alle sind in der erweiterten Notbetreuung oder im eingeschränkten Regelbetrieb. Und wir sind eine der Ersten, die jetzt in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Zu Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch etwas Schönes. Da können Sie nämlich in deren Eckpunktepapier, was Sie sonst so loben, unter Punkt 6 lesen. Da sollten Sie einmal gut zuhören, wie das Mecklenburg-Vorpommern macht. Ich zitiere. Soweit Eltern ihre Kinder selbst betreuen können, sind sie im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs aufgefordert, dies zur Entlastung des Systems auch werktäglich zu tun. Da frage ich mich, warum man sich hier aufregt über das, was wir hier machen. Wir garantieren einem festen Sockel an Kindern eine Notbetreuung, die jetzt auch schon in der Notbetreuung waren, und wir erhöhen die Kapazitäten, soweit das möglich ist. Die können wir eben nur so weit erhöhen, wie wir auch das Personal in den Kitas zur Verfügung haben. Herr Rock, Sie haben doch jetzt einen Sozialdezernenten in Ihren Reihen, der viel Verantwortung für Kitas und Erzieherinnen hat. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie eine hundertprozentige Regelbetreuung gewährleisten wollen, wenn 20 % der Erzieherinnen nicht zur Verfügung stehen. Wie wollen Sie das leisten? Diese 20 % sind noch nicht einmal gleichmäßig verteilt in den Einrichtungen. Wir haben ja freie Träger, kleingruppige Kindergärten, bei denen die 20 % 100 % sind, weil die Erzieherinnen nicht da sind. Wer hat jetzt in der erweiterten Notbetreuung die Verantwortung übernommen? Da kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum die Kommunen der erste Ansprechpartner für den Familienminister hier waren. Die Kommunen haben für diese Kinder die Notbetreuung gewährleistet. Da, wo die freien Träger nämlich keine Notbetreuung zur Verfügung stellen konnten, weil ihnen die Erzieherinnen weggebrochen sind, weil sie zur Risikogruppe gehören, haben die Kommunen die Betreuung übernommen. Das ist eine großartige Leistung. Da sind wir den Kommunen dankbar. Die Kommunen haben das sicherlich nicht gemacht, weil sie sonst nichts zu tun haben, sondern weil sie dafür zuständig sind und ihre Verantwortung haben. Frau Kollegin Anders, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme gerne zum Schluss. Verantwortung wahrnehmen finde ich sehr wichtig. Mit den Vorgaben, die jetzt da sind, kann jeder die Verantwortung wahrnehmen. Es können alle Kinder auch im eingeschränkten Regelbetrieb, auch in der Kita von Frau Gnadl, eine Kita besuchen. Aber sie werden es eingeschränkt machen müssen. Dieses Konzept muss die Kita vorlegen. Natürlich, tageweise geht das. Die 22 Kinder können tageweise in diese Kita. Da kann ich Ihnen in fünf Minuten nachher ein Konzept schreiben, wie das gehen kann. Frau Kollegin Anders, sind Sie so lieb, sagen Sie dann in fünf Minuten dahin. Sie müssen zum Schluss kommen. Aber vom Familienminister kann man nicht verlangen, dass er für 6.000 Kitas individuelle Konzepte macht. Wir ermöglichen, dass alle Kinder in dieser Kita zum Beispiel eine Kita besuchen können, aber eben nicht 100 %, wie es das Wort eingeschränkter Regelbetrieb schon mit sich bringt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Wir sind am Ende dieser Debatte. Ich bedanke mich für das fröhliche und freundschaftliche Miteinander in der Aussprache. Wir haben drei Anträge. Das geht alles in die Ausschüsse. Gut. Nein, das stimmen wir jetzt nicht ab. Die kommen in die Ausschüsse. Nein.